In den Legenden der Vergangenheit steckt oft auch ein Körnchen wahr. Hallo, hier spricht Edgar Boyce. Sagt Ihnen das etwas, Mr. Emerson? Die eiserne Hand, ein Kriminalfilm frei nach Edgar Wallace. Gefahr dauert überall. Aber eine Untersuchung der Anstalt ist angeleiert und die werden wir heute noch durchführen. Und zwar sofort. In einer irren Anstalt in der Nähe von London enden alle Spuren. Das ist doch hier wirklich das reinste Irrenhaus. Scotland Yard schickt seinen besten Mann, doch auch er kommt zu spät. Burg Emerson wirkt ein schauriges Geheimnis. Die eiserne Hand sucht neue Opfer. Die eiserne Hand, ein schwerer Fall für Scotland Yard. Den nächsten Mal in ihrem Theater. Nein, doch, oh.